Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass dies schwierige Zeiten für die FIFA sind. Die Ereignisse von gestern haben einen langen Schatten geworfen über den Fußball und diesen Kongress. Taten Einzelner bringen Schande und Beschämung über den Fußball und verlangen nach Handlungen und Veränderungen von uns allen. Wir dürfen nicht erlauben, dass der Ruf des Fußballs und der FIFA weiter durch den Dreck gezogen werden. Das muss hier und jetzt aufhören. Ich weiß, viele Menschen glauben, vor allem ich sei verantwortlich für die Taten und den Ruf der globalen Fußballgemeinschaft. Ob es nun die Entscheidung bei der Vergabe eines WM-Turniers ist oder ein Korruptionsskandal. Wir oder ich kann nicht jeden Einzelnen zu jeder Zeit überprüfen. Wenn Menschen etwas Unrechtes machen, versuchen sie auch, es zu verheimlichen. Aber es muss meine Aufgabe sein, die Verantwortung zu tragen für den Ruf und das Wohl unserer Organisation und Dinge nach vorn gerichtet zu verbessern. Ich werde nicht erlauben, dass die Taten einiger weniger die harte Arbeit und die Integrität der großen Mehrheit, die schwer für den Fußball arbeitet, zerstören. Ich muss betonen, dass diejenigen, die korrupt sind im Fußball, in einer kleinen Minderheit sind. So wie in der Gesellschaft auch. Aber wie in der Gesellschaft müssen sie gefangen und verantwortlich gemacht werden für ihre Taten. So wie in der Gesellschaften? So wie in der Gesellschaft ist. So wie in der Gesellschaft sind die Taten?